Hallo und herzlich willkommen bei JD's Aktienwelt. Heute mit dem Video Big Tech. Höher, immer höher oder ist irgendwann mal auch ein Ende in Sicht? In diesem Video werden wir uns die großen Technologiewerte aus den USA anschauen. Wir werden die aktuellen Bewertungen uns anschauen, auch die letzten Ergebnisse besprechen und auch schauen, wohin die Zukunft geht und ob eventuell irgendwo Gefahren lauern. Und wir starten jetzt auch einfach mal mit der ersten Aktie. Und da würde ich jetzt einfach mal Apple nehmen. Und ihr seht schon, es ist kurz vor Markteröffnung in den USA. Das heißt, wenn das Video dann online kommt, dann sind die Märkte schon offen und man wird dann schon ein bisschen mehr sehen. Aber was wir bei Apple auf jeden Fall schon sehen, Apple ist an sich, wie die anderen großen Tech-Unternehmen, auch an ihrem Allzeithoch und nur wirklich minimal von diesem entfernt. Das heißt, in dem Moment reden wir gerade mal von 2-3%, was Apple von seinem Allzeithoch weg ist. Und da ist die Frage, ist das Ganze jetzt begründet oder nicht? Werden wir noch weiter steigen oder, naja, wie sieht es mit der Bewertung aus? Und um das zu erklären, schauen wir uns mal das letzte Quartalsergebnis an, was erst wirklich frisch ist, nämlich von gestern Abend. Und was sehen wir? Apple hat einfach die Analystenerwartungen um 28% übertroffen. Das werden wir jetzt genau mal sehen. Das ist bei den anderen Unternehmen genauso. Aber dennoch hat es gestern förmlich nach Börsenschluss zu einem full-liminanten Feuerwerk geführt. Weniger kurstechnisch als vielmehr von Analysten-Seite. Und da kann man jetzt sagen, okay, hey JD, wenn ich mir die letzten Quartale anschaue, dann hat doch Apple da auch immer entsprechend die Erwartungen geschlagen. Hier mit einmal 18% Surprise. Also Surprise ist in dem Sinne das Schlagen gegenüber der Erwartungen. Und hier bei den Earnings, also den Nettoergebnissen. Wir sehen hier auch zum Beispiel, dass im letzten Quartal 41% Surprise drin war. Und in diesem haben wir nur 28%. Der Unterschied hier, und das könnt ihr euch für die anderen Aktien gleich auch merken, ist, dass wir in dem aktuellen Quartal bis zum Juni eher nochmal ein besonderes Phänomen gesehen haben. Nämlich, dass die Analysten reihenweise immer weiter ihre Schätzungen erhöht haben. Und wir in diese sehr hohen Schätzungen rein das Ergebnis zusätzlich nochmal übertroffen haben. Das heißt, Apple ist hier schon mal massiv mit extrem guten iPhone-Verkäufen. Und mit wirklich allen anderen Zahlen auch hat man die Analystenerwartungen gesprengt. Und dennoch sieht man jetzt auch kurstechnisch, okay, so ein richtiges Kursfeuerwerk sieht anders aus. Und wir werden uns auch gleich noch ein paar Gründe ansehen, wieso das Ganze ist. Und ob das schon so eine kleine Vorwarnung ist, dass wir im August, der ja tendenziell eh ärmer, der eher börsenschwache Monat ist, ob wir da auch wieder eine größere Korrektur sehen werden. Wir schauen uns als nächstes Mal auch direkt Apple an. Und bei Apple ist es so, da kommen die Zahlen morgen. Und auch hier könnt ihr auch sehen, dass wir in den Vorquartalen zwischen 66, fast 100% und 65% Überraschungen eingefahren haben. Und wenn wir uns den Kurs von Amazon anschauen, dann sieht er ähnlich aus wie der von Apple jetzt vor den Zahlen. Und was sehen wir hier auch jetzt vor dem Markt ist man leicht schwächer. Aber insgesamt, wenn man wirklich diese ganz lange Betrachtungsbrille anschaut, dann hat auch hier wieder Amazon ein neues Allzeithoch markiert und bewegt sich jetzt gerade nur aktuell ein Stück drunter. Microsoft auch hier Allzeithoch oder sehr nahe am Allzeithoch. Und hier ist es sogar so, jetzt ist man im Vormarkt, würde man sogar ein neues Allzeithoch wieder markieren. Und was sehen wir auch hier? Deutliches Schlagen der Markterwartungen. Ähnlich auch bei Alphabet. Und bei Alphabet muss man dazu sagen, also Alphabet hat da entsprechend die Erwartungen nicht nur geschlagen, sondern massiv gesprengt. 41% in den Earnings. Alphabet ist ja selbst eine Aktie, die ich sehr lange bei mir ins Depot mit aufnehmen wollte. Die längeren Zuschauer von euch, meine Stammzuschauer, die werden das sicherlich in den einen oder anderen Video, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich das erwähnt habe. Ich habe den Zug aber verpasst. Und das ist für mich, wenn wir gleich nochmal die Bewertungen anschauen, ist es mittlerweile auch, ja, ich tue mir schwer. Ich habe dafür aber zum Beispiel eine Facebook mir reingeholt. Und eine Facebook wird heute ihre Ergebnisse präsentieren. Und auch da gehe ich deutlich von einem Schlagen der Markterwartungen aus. Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel Snap deutlich stärker war. Und davon geht jetzt auch der Markt aktuell aus. Und hier ist auch Facebook auch vorbörslich in den USA am Allzeithoch, am Alten und wird vermutlich auch nach oben rausgehen, zumindest bis heute Abend. Und danach werden wir die Zahlen abwarten müssen. Ähnlich war es ja bei Tesla. Bei Tesla war es ja so, dass wir auch hier massiv die Erwartungen praktisch überfüllt haben. Dennoch hat der Kurs noch nicht so richtig gezündet. Auch hier gab es so ein paar Erklärungen. Der Semi-Truck wurde praktisch ein Jahr nach hinten verschoben. Beim Cyber-Truck weiß man auch noch nicht so ganz, ob es dann Ende dieses Jahres funktioniert oder Anfang nächsten Jahres. Und da gab es, obwohl wirklich die Margen brutal stark waren bei Tesla und das Ergebnis sehr stark war, gab es ein paar kritische Stimmen. Und bei Tesla ist es ja allgemein so, dass hier die Bewertung ja immer mit reingespielt hat. Jetzt können wir uns einfach mal die Bewertung aktuell bei Tesla anschauen. Und dann sehen wir, es ist immer noch ein 658er KGV, basierend auf den letzten 12 Monaten, also Trailing 12 Months, seht ihr hier. Und das ist natürlich für konservative Anleger eher hoch. Und es gibt ja ein paar andere, die dann einfach sagen, ja, Tesla ist so groß, sie werden da einfach so schnell nicht reinwachsen können. Und dann gibt es ja auch jemanden wie Michael Burry, der dann auch gleich mal die Tesla-Aktie shortet. Würde ich persönlich nicht machen. In den letzten Jahren haben sich bei Tesla so einige Shorts die Finger verbrannt. Und dennoch, wenn man sich jetzt die Wertungen anschaut, jetzt können wir gerne nochmal bei Apple reingehen. Ja, wir haben gesehen, bei Apple enorm starke Ergebnisse. Und dennoch, obwohl wir so ein starkes Schlagen der Markterwartung gesehen haben, sind wir jetzt nach den Ergebnisszahlen bei 33,43 KGV. Sehr hoch, auch für Technologieunternehmen. Eine Dividendenrendite ist nur noch bei 0,59. Schauen wir uns mal gleich dazu eine Amazon an. Vor den Zahlen, wie sieht es vor den Zahlen aus, 70er KGV. Wir haben eine Microsoft nach den Zahlen 39er KGV. Bei Microsoft muss man dazu sagen, Microsoft gilt ja allgemein als Software-as-a-Service-Plattform-Anbieter. Und da ist auch allgemein eher bei Microsoft eine höhere Bewertung mit drin. Wir können aber auch eine Google anschauen. Eine Google hat oder eine Alphabet 35er KGV. Und das attraktivste Unternehmen, was ich sogar auch schon im Depot bei mir habe, ist eine Facebook, das aktuell vor den Zahlen 31,86 KGV hat. Das heißt, wenn jetzt das Ergebnis rauskommt, das wirklich sehr stark sein wird, werden wir von dem KGV her weiter nach unten sinken. Und ich kann mir vorstellen, dass Facebook im Gegensatz zu ein paar anderen großen Tech-Unternehmen, wenn jetzt wirklich hier die Zahlen sehr stark rauskommen werden, auch morgen früh deutlich zündet. Bei Facebook kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass wir nochmal, selbst wenn die Zahlen gut sein werden, nicht wie bei anderen Unternehmen so einen Abschlag sehen werden oder dass sich nichts tut, sondern ich glaube, dass wir bei Facebook sogar vielleicht noch so eine kleine Rallye sehen könnten. Wie gesagt, wenn die Zahlen, wenn das Schlagen der Ergebnisse ähnlich stark wird, wie beispielsweise bei Google, dann wirklich denke ich, dass wir noch ein kleines Stück nach oben sehen. Das sehen wir ja auch bei der Bewertung. Die ist einfach im Gegensatz zu den anderen Tech-Unternehmen noch deutlich geringer. Die ist auch historisch etwas geringer. Aber ich würde sagen, dass dann wirklich nochmal hier deutlich mehr Raum drin wäre. Und jetzt kommen wir schon in die Frage, wie lang geht das Ganze noch so weiter? Wir sehen schon, die Bewertungen sind sehr hoch, obwohl die Quartalsergebnisse extrem stark sind. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen in eine Problematik rein. Denn im Endeffekt muss man so ein bisschen auch betrachten, was treibt den Markt in den USA an. Ja, wo kommt das ganze Geld her, was jetzt in eine Apple fließt, in eine Google fließt, über YouTube-Plattformen, in die ganzen Werbungen fließt und in den ganzen Konsum. Und da muss man sagen, in den USA war es auch schon immer historisch betrachtet, die Konsumausgaben der Privathaushalte. Und wenn wir uns zurückerinnern, vielleicht auch die letzten Monate, stellen wir fest, dass zum einen die Konsumausgaben vor allem durch den Staat mitbefeuert wurden, ja, durch die ganzen Corona-Hilfen, durch Steuerbonis und so weiter. Und die Wirtschaft an sich aber noch nicht die Arbeitsplätze generieren konnte. Das heißt, noch nicht diese Stellen mit Arbeitskommen generieren konnte, wie man eigentlich oftmals vom Markt erwartet hat. Und da besteht jetzt so ein bisschen auch die Gefahr. Wenn jetzt natürlich diese ganzen Hilfen auslaufen, das heißt die ganzen Arbeitslosenzahlungen, die jetzt auch in den letzten Monaten noch erfolgt sind und dieses Quartal eben stark mitgetrieben haben, wenn hier das Ganze ausläuft und die Liquidität sozusagen von den Konsumenten ein bisschen abgezogen wird, dann kann es schon mal passieren, dass diese Bewertungen, die jetzt vielleicht sogar mit einem 30er KGV sind, noch moderat erscheinen, aber in einem Jahr, das heißt im Jahr 2022, dann plötzlich sehr hoch sind, wenn eben das Wachstum plötzlich nachlässt. Und ich bin definitiv kein Crash-Prophet, das wisst ihr ja bei meinen ganzen Videos. Ich bin immer extrem bullish gegenüber Technologieunternehmen und den ganzen Märkten an sich. Aber wenn man sich so ein bisschen die Gedanken darüber hinaus spinnt, okay, die Party geht jetzt fröhlich weiter, aber wie lange dauert das Ganze noch, muss man sich so ein bisschen grundsätzlich die Fundamentaldaten anschauen, die eben sagen auch, dass dieses billige Cash jetzt nicht nur den Finanzmarkt als Ganzes wie in den letzten Jahren getrieben hat und das ganze große Kapital nicht hin wusste, wohin, sondern ganz seit Aktien gekauft hat, sondern zusätzlich jetzt noch dieser Effekt erfolgt, dass dieses Helikoptergeld, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, ja, die USA gibt ja ihren Bürgern im Endeffekt Geld, damit sie dann Service und Güter kaufen. Und wenn das irgendwann mal ein bisschen auslaufen sollte oder austrocknen wird, dann könnten wir in eine sehr gefällige Konstellation reinkommen. Da habe ich mir auch so ein bisschen die letzten Wochen Gedanken gemacht. Wo ich die Gefahr sehe, ist bei folgender Situation, die jetzt im Moment auch wirklich den ersten Schritt schon in die Richtung getan hat, nämlich, wenn wir allgemein eine sehr extrem starke, positive Nachrichtenlage haben und wir können uns gerne auch mal den Nasdaq anschauen. Der Nasdaq, da sind ja die ganzen großen Technologiewerte drin. Der Nasdaq ist seit einigen Monaten eigentlich nur noch eine reine Fahnenstange, was ja auch okay ist, denn fundamental sind ja diese Unternehmen davon auch getrieben. Aber wenn wir uns mal das Ganze anschauen, dann sind wir kurz davor wieder eine Oberkante anzulaufen, praktisch von einem längeren Trend, ja, das heißt, wir sind hier nicht mehr weit davon. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass durch diese extrem starken Zahlen wir hier nochmal hochlaufen und dann, ja, dann ist die Frage, was passiert dann, ja. Wenn dann wirklich das Kapital abfließt, das heißt, wenn die Konsumenten dann nicht mehr das Kapital haben und noch mehr Wachstum zu generieren. Das Problem ist aber, was dann aktuell geschehen kann, ist folgendes. Wenn die ganzen Unternehmen jetzt einfach sehen, hey, wir haben eine Chipknappheit, ja, wir haben, unsere Produkte werden einfach uns aus den Händen gerissen und wir müssen versuchen, unsere Kapazitäten zu erhöhen. Das betrifft unter anderem vielleicht den Automobilbereich, ja, wie zum Beispiel die ganzen Elektroautos. In den USA aber auch immer noch viele Verbrenner. Wenn wir hier versuchen, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, und zwar in wirklich allen Branchen hinweg, gleichzeitig das Kapital, also die Nachfrage wegbricht, dann ist das schon mal ein negativer Effekt, der nächstes Jahr dann auch zu Überkapazitäten führen dürfte. Noch problematischer ist, wenn man sich die ganze Inflationslage anschaut. Momentan ist es ja so, dass die Inflation deutlich anzieht, eben aufgrund dieser sehr starken wirtschaftlichen Lage. Und weil diese Inflation ja sehr hoch ist, kommt jetzt die FED mehr oder weniger, also die US-Zentralbank, kommt jetzt mehr oder weniger in so ein bisschen eine Zwickmühle, nämlich, dass sie die Inflation nicht langfristig weglaufen lassen kann. Das heißt, hier könnte auch vom Markt so ein bisschen ein Druck auch erfolgen, auf die FED die Zinsen vielleicht ein bisschen früher anzuheben oder andere Programme auslaufen zu lassen, um dieses Kapital, dieses Cash aus dem Markt rauszuziehen. Und in dieser Gemengenlage, nämlich einer künstlich hohen Nachfrage, die zu diesem extremen Wachstum führt, wenn das schon ausläuft, weil dann die FED diese Mittel entzieht, gleichzeitig die Inflation aber kurzfristig sehr hoch ist und die Unternehmen ihre Produktionskapazitäten ausbauen, dann könnte es wirklich sehr ungemütlich werden. Das jetzt aber nur zu meiner Theorie, wieso und wann es vermutlich auf dem Markt zu einer größeren Korrektur kommen könnte. Grundsätzlich führt aber weiterhin eigentlich kein Weg vorbei an großen Tech-Unternehmen. Ich selber habe eine Facebook im Depot und ich werde sie auch weiterhin im Depot lassen. Ich würde jetzt im Moment vermutlich nicht die großen Tech-Unternehmen alle ins Depot schmeißen und alles andere rauszuholen. Nein, im Gegenteil. Ich denke, dass wir aktuell sogar eine deutliche Scherenspreizung drin haben zwischen den großen Big Tech-Unternehmen und kleineren Nebenwerten, die in den letzten Monaten gar nicht so gut gelaufen sind wie diese großen Big Tech-Unternehmen. Können wir uns gerne auch nochmal anschauen. Meine Stammzuschauer werden es auch sicherlich kennen. Eine Paradox Interactive, jetzt kein US-Unternehmen, aber ein extrem toller, kleiner Nebenwert, wo eben die großen ETFs und die großen Fonds keinen Blick drauf werfen, weil die Marktkapitalisierung zu klein ist. Was sehen wir hier? Es sind die letzten Monate nicht gut gelaufen. Das ist kein China-Titel. Sehr stark im Cashflow, sehr stark in den Ergebnissen und wird auch in den nächsten Jahren wachsen. Aber wir müssen nicht nach Schweden gehen. Wir können auch in den USA bleiben. Und dann gibt es auch hier beispielsweise an sich eine Activision Blizzard. Eine Activision Blizzard, habt ihr hier gesehen, eigentlich auch die letzten Monate nicht viel passiert, zeitlich gelaufen. Seit August eigentlich wirklich gar nichts passiert. Und wir sehen auch aufgrund von, ja, ich sag mal, Unternehmensproblematiken und einer Anklage in Kalifornien, die jetzt aber, denke ich, keine größeren Effekte jetzt auf diese Aktie langfristig haben wird, sehe ich hier definitiv auch deutliche Chancen. Ja, wir können auch hier mal kurz die Bewertung uns anschauen. More Financials, 30er KGV. Ja, für ein Gaming-Unternehmen, das wirklich sehr stark wächst, relativ günstig. Ich würde im Moment, das heißt, wir können aber auch noch eine ganz andere Aktie anschauen, auch eine meiner Favoritenaktien, die C-Limited. Also eine typische Aktie, wo ich sage, die bekommt man nie günstig. Und auch hier sehen wir, ich muss kurz umstellen, auch hier sehen wir, dass wir auch hier seit einigen Monaten, seit Februar uns eigentlich nur seitlich bewegen. Und gestern haben wir auch noch einen massiven Abverkauf gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Vermutlich haben ein paar Fonds aus den USA einfach mal alles asiatisch verkauft. Denn eine C-Limited hat eigentlich gar nichts mit dem chinesischen Aktienmarkt zu tun. Die ist in Singapur gelistet. Ist zwar auch ein ADR, aber wäre von weder eine Daylisting-Thematik oder sonstigen betroffen. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist eine C-Limited ja bei sowas, bei solchen kurzen, heftigen Abverkäufen ein Kauf. Ich selber werde diese Aktien auch noch mal aufstocken, wenn wir noch mal eine größere Korrektur sehen. Im Grunde würde ich eigentlich auch nur sagen, dass diese großen Tech-Unternehmen an sich als großer Anker ins Depot gehören. Man sollte aber nicht vergessen, dass diese Unternehmen, desto größer sie werden, auch ein bisschen eine Problematik bekommen. Eine Apple mit ihren über 130 Milliarden US-Dollar Kapital, wie kann man dieses jetzt noch wirklich sinnvoll einsetzen? Und ab und zu gibt es ja dann solche Konstellationen, dass kleinere Unternehmen, dann gibt es Tesla ja ein bestes Beispiel dazu, kleinere Unternehmen auch mittelfristig eben zu diesen ganz großen aufrücken können, wenn diese eben Problematiken haben, mit ihrer schieren Größe unendlich weiter zu wachsen. Was ist also das Fazit zu der Frage, Big Tech höher, immer höher? Nun, ich denke, auch viele Jahre gesprochen, werden auch diese großen Unternehmen noch viel weiter wachsen. Sie haben noch viel mehr Potenzial. Natürlich kann es auch hier zu regulatorischen Vorschriften oder auch mal hier wieder einer Strafzahlung kommen oder vielleicht sogar zu einer Zerschlagung, die eigentlich für Aktionäre aber auch gar nicht so wild ist. Dennoch würde ich im Moment mich nicht nur auf diese großen Big Tech Unternehmen fokussieren, obwohl sie gerade komplett im Rampenlicht stehen, weil sie alle Zahlen einfach nur pulverisieren. Denn es gibt praktisch im Schatten dieser großen Tech Unternehmen viele kleine Unternehmen, die ebenso genauso innovativ sind, die ebenso genauso stark sind in ihren wirtschaftlichen Kennzahlen, die aber weniger Leute im Fokus haben und auf die sich auch weniger ETFs zum Beispiel fokussieren, weil diese Unternehmen einfach deutlich kleiner sind. Und diese Unternehmen würden vielleicht dann auch sogar in kritischen Phasen, wenn auf einmal wirklich starke Abverkäufe am Markt insgesamt erfolgen, sogar profitieren können. Jetzt könnt ihr euch so vorstellen, große ETFs, MSCI World Global, was hat er drin? Der hat die großen Tech-Unternehmen drin. Nasdaq ETF genauso Tech-Unternehmen mit drin. Kurzfristig könnte es also in diesen Schockmomenten kommen, wo ich glaube, dass wir vielleicht auch im nächsten Jahr so einen kleinen Schockmoment sehen könnten. Wenn dieser Sachverhalt eintritt, wie ich es erwähnt habe, dann könnte ich sehen, dass diese großen US-Tech-Unternehmen, die praktisch diese Lücke ganz weit aufgemacht haben zu den kleineren Pendants in den USA, aber weltweit, dass diese Lücke wieder geschlossen wird. Meine Meinung also gerne weiterhin US-Tech-Unternehmen investiert bleiben und weiter investieren, aber nicht ganz blenden lassen und auch hin und wieder die Augen offen halten, wenn so eine kleine Perle wie eine Square, eine Paradox Interactive oder vielleicht auch in Zukunft eine SoFi vorbeikommt, wenn diese dann vielleicht dieses Jahr auch profitabel werden. Mich würde jetzt noch deine Meinung interessieren und natürlich freue ich mich wie immer, wenn du für dieses Video einen Daumen nach oben drückst und mir ein Like hinterlässt. Vielen Dank für's Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Ciao.